hier schlafen wir erst mal gleich auf würde ich sagen dann dass wir das bett hier auch auf jeden fall stehen weil zur not könnten wir als not da würden wir direkt sparen eigentlich wieder ein stiegspunkt vielleicht gar nicht so dämlich wenn wir jetzt auch ganz schön tief rein wenn wir diese hülle jetzt erkunden würde ich sagen einfach mal so backen frech mal kurz hier was gucken so es ist unsere mega höhle nein es ist nicht unsere mega höhle aber eine andere mega würde oder was geht hier wieder ab what the fuck was spawnt hier denn so viel wir haben einfach eine weitere hülle gefunden oder vielleicht bindet die sogar in unserer mega hülle an maybe inwiefern darf ich hier nicht runter fallen weil dann bin ich tot ja würde ich sagen ganz entspannt das problem ist erst mal müssen wir hier runter oder wenn wir wieder hochkommen hätte wir werden so sterben was habe ich hier gefunden schon wieder ach du scheiße alter jungen holy fuck ist das riesig geht es hier noch weiter runter hier also die ist auch riesig die höhle ohne frage aber ich muss sagen sie übertrifft eindeutig nicht das was wir da vorgefunden haben ich muss diese höhle auf jeden fall wiederfinden das ist hell wartet mal achso das ist lava einfach dass da so mäßig aus hell helligkeit draußen mäßig so okay muss ich mal ein bisschen entdecken hier erstmal hier ein bisschen die lage abchecken sieht ja schon mal akkurat in ordnung aus ist jetzt nicht so dass sie mich extrem weg haut die höhle muss ich sagen halt da eben was stimmt mit dem texture pack nicht das ist ja mal anders komisch hier ok hier geht es nicht weiter und da drüben sah eben so aus doch hier weiter doch es geht hier weiter mhm 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 was ist das denn jetzt ich will jetzt wissen what's down zählen wir noch weiter runter oder ja es geht hier ist jetzt immer tiefer rein in dieses labyrinth und hochstoffvorkommen sind ja auf jeden fall auch an mass aber ich hab noch nichts gefunden was mich jetzt extrem überzeugt muss ich sagen die andere hülle war echt anders ähm prank ich hoffe dass da hinten irgendwas großes ist mal gucken ok sieht schon mal erstmal diamanten nice ein diamant die bringen glück zu einem grund haben dass wir diamanten sind erstmal gehen wir hier runter ok geht es hier noch runter weiter anscheinend da anscheinend nicht ok alles gut mal gucken wie weit es in die richtung noch reingeht ok hier geht es noch tiefer oder ist das aber eine täuschung hier deshalb fressen wir kurz ein paar kartoffeln wenn mein leben sich regeneriert ich hab keinen bock da unten jetzt zu sterben es geht einfach noch weiter runter wir sind noch für wo ist nochmal minus 46 schon und die hülle wird immer tiefer also jetzt würde ich eindeutig nicht mehr so schnell nach oben finden also hier fällig ne spannende hexe müssen wir aber nicht auf den geist gehen ok hier ist hört sich schon auf ok warte mal hier war ich gerade ok wir sind hier einmal im kreis wir laufen voll für diamanten vielleicht also über uns ist es gerade richtig monsterparty wie es sich anhört da oben glaube ich habe ich denn genug blöcke sind da dann bauen wir uns einmal wo was da oben abgeht würde ich sagen einmal kurz hier ja genau schön selber töten ja ja genau ist es richtig danke 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 Leute für die mithilfe tut mir leid ich bin echt ein bisschen ruhig gerade ich bin ein bisschen enttäuscht einfach nicht das gefunden was ich wollte schade Marmelade naja dann müssen wir wohl ja hier runter und immer wieder zurück finden diesen übermäßigen riesigen plateau wo wir eben gerade waren Junge Junge was machen die da die kämpfen sich ja mal richtig maßlos selber läuft bei denen eindeutig ok hier bin ich hier bin ich wieder richtig und wo da oben die blöcke langsam aus hier naja naja sind wir gleich wieder bei unserem größeren plateau wenn man das so sagen kann dann müssen wir auf jeden Fall genug Rohstoffe mitnehmen weil das wäre sonst echt verschenkt sind wir ja schon unten und Aua wenn ihr von keiner Ahnung wie viele Monstern attackiert so dann müssen wir hier wieder zurück einmal kurz was fooden die guten oven gradoppeln und magi nein so dann müssen wir uns hier wieder lang schlängeln schlängeln schlängelglitze hier äh da lang ne geh mir nicht auf den Sack dann haben wir hier das Eisen mit zack und problemo und hier gehts auch noch weiter oder 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 auch auf jeden Fall sind da die Manden die nehme ich mit ansonsten gehts hier nicht weiter ist ja auch nicht schlimm gehen wir wieder zurück wir wissen den Weg ja noch du gehst mir auch nicht auf den Nerv danke tschüss da ist die Tür danke tschüss tschüss ja gehen wir jetzt draußen dunkel als wir die erste Nacht schon mal hier drin verbracht danke fürs Hochbußen danke greift sich gegenseitig an alles Energieverschwendung hier oh man ey wir sind grad ernsthaft meine Schuh kaputt gegangen egal oh jetzt kommt der hier an noch egal so da gehts durch zu diesem Plator hier waren wir noch nicht das war eine Hexe ne jetzt hab ich jetzt eigentlich wenig Bock muss ich ganz ehrlich sagen aber das geht hier weiter oder das geht hier weiter oder mhm ins Gesicht werfen naja naja Eisen mit das geht jetzt mal aber mal ganz anders knapp alter 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 hat mich aber fast richtig auseinander weggeknallt weggeknallt huuuuuh nicht gut nicht gut das geht das geht das geht das geht das geht das geht halt klar das 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 we das Vielen Dank.